Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So. 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 Trotzdem schräg hoch. Ich zeig's mal so drück und er schießt schräg. Also muss ich tatsächlich in die Laufrichtung drücken, dann bin ich auch in die Laufrichtung, wenn der Hund fliegt. Sonst bringt der mich, wie gesagt, in diese schräge Position. Oh mein Gott, da hab ich tausendmal tausend vor und probiert, was das geklappt hat. So. Nein! Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Bitte! Oh. Haha. Nein, der Kackkugel war's. Hm. Schon wieder. So. Jetzt aber. Zack. Komm hoch. Und aufscher Teufelchen. Okay. Doch. So geht's natürlich auch. Okay. Doch. So geht's natürlich auch. So geht's natürlich auch. So geht's natürlich auch. So. Jetzt kommt nur der Fahrstuhl nur runter, wenn ihr wirklich auf dem roten Modus seid. Dann müsst ihr echt wechseln. Da bin ich vorhin auch, glaub ich, tausendmal gestorben. Oder hier. Genau das gleiche. Ah. Eine Kackstelle. Also so richtig scheiße. Oh. Am PC-Rocke gerade. Hoffentlich leb ich noch. Ja, ich leb noch. Boah. Knapp. Ich will da nach oben und nicht zur Seite. Warum macht er das? Schau mal. Ah. Das klappt, wie gesagt. Nur das Abball, wenn man es nicht braucht. Oh, schon wieder. Ich will nach oben So Vorsichtig Vorsichtig Hopp, 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 hopp Zack, drüber Und wir wechseln auf die Kleine Dupe, dupe, dupe Also wie gesagt, die Steuerung Ich habe irgendwie das Gefühl Manchmal, also entweder ist mal Kotola kaputt Oder die Steuerung funktioniert manchmal einfach nicht Das habe ich Wirklich Im Gefühl Ach, man kann die Hochspringer an der Seite Oh Mann Und ich dachte, man kann das nicht berühren Jawohl Jawohl, ein Schlüssel Jawohl Also wenn ihr den Rest hier gerade geschafft habt Jetzt hast du wirklich eine Kinderpalle Wenn man das 2-3 Mal versucht So, jetzt aber Klack, klack, klack Wo geht es eigentlich dahin? Ah, schön Mal probieren Jawohl, nehmen wir alle mit Klack, 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 klack So, dann sammeln wir die auch noch alle ein. Hey, kommt zurück. Hopp, hopp, hopp. Wozu ist der Wirt? Ich würde jedes Mal, glaube ich, fragen. So, jetzt mal gucken. Hopp, 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 hopp. Okay, und jetzt? Hier rauf vielleicht? Hm, zwei Schlüssel fehlen noch. Gucken wir mal, was wir da machen können. Ups, ah, du brauchst da. Ho, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm her, komm her. Komm her. Oh. Okay. Ihr braucht übrigens mit Schrägen schießen ja gar nicht, Schrägen springen gar nicht großartig versuchen. Das Problem ist, ich spring damit einfach nicht so hoch. Jawoll, wir haben einen Schlüssel. Ja. Mein Gott. Oh, wir haben noch den Schlüssel, den wir gar nicht runterfahren gesehen haben. Da, den. Genau den. Der da unten links ist. Den holen wir uns jetzt, würde ich mal sagen. Freunde. Den holen wir uns jetzt. Mal gucken, ob's die Rute geht. So, und jetzt? Komm jetzt wieder raus. Hm. Hm. So nicht. Okay, mein so ist ja klar, ne? Ach, wie kommt man da von unten wieder hoch? Ja. Ob das so gewollt ist? Hm. Aber. Mein Gott. Mein Gott. Wir haben es offen. Okay. Haben wir ja fast alles. Ich komm her, Schleiden. Ah. Oh, 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 oh. Und jetzt? Okay, dann hätte ich vielleicht mal reagieren sollen. Okay, okay. Oh, das war ja echt ganz schön. Nooin. Okay, okay, oh, zum Glück verfolgen die eigentlich, okay, sorry wer grad nicht allzu viel sagen kann, okay, jetzt mal ganz vorsichtig bleiben. Gibt's ja da irgendwas? Oh, das ist doch das Boot. Aha, ich glaub das ist bestimmt Richtung Ausgang. Oh, zum Glück. Ach, was soll's, komm. Oh, jetzt ist mal das Ende. Let's play's lange Luke hier. Ah, 500 Sachen sind jetzt die Punkte. Oh, doch nicht der Ausgang geht da noch weiter. Gelegentliche Begeisterung. Oh, wir haben wieder Klitterpflanzen oder was? Piep, 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 piep. Jawoll! Und wieder einen schönen Weg gefunden. Klack, 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 klack. Puh. Ich weiß gar nicht, wenn's einfacher war. Der Teil oder der alte Teil? Jawoll, geschafft. Ich hab sogar richtig viel bekommen. Gar nicht schlecht, muss ich mal sagen. Gar nicht schlecht. Puh. Ja, ich würd sagen, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Katzenherz selber. Und die Schlucht der schreienden Eulen, die heben wir uns das nächste Mal auf. Und ihr seht, keine Kristalle zu sehen. Ja, da sind auch keine zu sehen, ne? Naja, gut. Gucken wir uns das mal an. Bis zum nächsten Let's Play, euer Jan. Ciao. Ciao.